Robert Stein. Coronavirus, Doomsday oder Panikmache? Meinung ungeschminkt. Heute mit Robert Stein. Fast täglich gibt es neue Meldungen zur Coronavirus-Erkrankung, die sich angeblich weltweit ausbreitet. Die Vereinigten Staaten riefen den öffentlichen Gesundheitsnotstand aus und lassen Ausländer, die kürzlich in China waren, nicht mehr ins Land. Das Außenministerium in China sprach von einer Überreaktion der USA und anderer Länder. Derweil gibt es weitere Meldungen, die berichten, dass Bill Gates viel Geld in die Forschung und Entwicklung von Coronaviren gesteckt habe. Ein von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung als Hauptfinanzierer unterstütztes Institut in Großbritannien habe bereits 2015 ein Patent für ein Coronavirus angemeldet. Und wenige Wochen vor dem Ausbruch des Virus wurde in New York eine Pandemieübung mit dem Titel Event 201 durchgespielt, bei der politische Entscheidungsträger an einem simulierten Coronavirus-Ausbruch arbeiteten. Zum aktuellen Zeitpunkt kann nur vermutet werden, was hinter dem Coronavirus-Ausbruch stehen könnte. So nimmt der bekannte Medienschaffende Robert Stein in seinem Video vom 31. Januar 2020 zu drei verschiedenen Thesen Stellung, welchen Hintergrund der Coronavirus-Ausbruch haben könnte. Er geht unter anderem der Frage nach, ob die offizielle Version stimmt und es sich hier um ein echtes mutiertes Tiervirus handelt, oder ob die aktuelle Situation dazu dienen könnte, zum angeblichen Wohle der Menschen einen weiteren Schritt in Richtung neue Weltordnung zu gehen und eine Super-Uno als Lösung durchzusetzen. Doch hören Sie selbst. Neulich habe ich mich noch gefragt, mit welcher Dynamik sich das noch junge Jahr 2020 entwickeln wird und tja, schon bekommen wir eine ziemlich deutliche Antwort drauf. Seit Mitte Januar überstrahlt ein neues Thema alle anderen Nachrichten und täglich überschlagen sich die Meldungen bezüglich des Ausbruchs des sogenannten Coronavirus. Eilmeldungen, Sondersendungen, das Interesse ist natürlich wie immer bei einer vielleicht drohenden Pandemie groß und dementsprechend mächtig werden auch die Trommeln der Nachrichtenhäuser geschlagen. Doch was wissen wir wirklich? Ist es das immer wieder gleiche Ritual von Panik und Geschäftemacherei mit Impfstoffen, welches alle paar Jahre stattfindet? Es wäre ja schließlich nicht das erste Mal, dass so eine große Hysterie verbreitet wird und danach die ganze Sache relativ harmlos wieder im Sande verläuft. Also wirklich relativ gesehen. Denn für die tausenden Erkrankten ist das alles andere als spaßig, vor allem wenn man bedenkt, wie viele Menschen bei diesen ganzen Epidemien in den letzten Jahren auch wirklich gestorben sind. Wichtig in solchen Fällen ist es erstmal, tief durchzuatmen und darauf zu schauen, was wir eigentlich jetzt zum Zeitpunkt genau wissen. Die chinesische Stadt Wuhan gilt als Ursprungsort dieser Krankheit und bisher konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen mittlerweile geschlossenen Tiermarkt als den möglichen Ursprung der Infektionskette. Und nach Angaben von Lancet, also einem der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, hatten von den 41 zuerst behandelten Fällen sogar 12 gar keine Verbindung zu dem Tiermarkt in Wuhan. Sogar der wahrscheinlich erste Infizierte erkrankte bereits am 1. Dezember und muss sich daher schon im November infiziert haben. Also es sieht so aus, als wäre das Virus erst zu dem Markt gekommen und wurde von dann aus eben weiterverbreitet. Ja und die Vorstellung von uns Westlern von einem chinesischen Markt, auf dem so gut wie alles Tierische verspeist wird, half dabei natürlich die Vorstellung von so einem gefährlichen Virus, von so einer Übertragung vom Tier auf den Menschen zu verfestigen. Ich sage da nur Fledermaus-Suppe. Und noch lässt sich auch gar nicht mit Sicherheit sagen, wie gefährlich der Erreger ist und wie genau die Tier-Mensch-Übertragung eigentlich stattfindet. Erste genetische Analysen hatten das Ziel, das Virus in einem groben Muster zu charakterisieren und kamen dann eben zur Schlussfolgerung, dass es sich nun um das insgesamt siebte Virus handelt, das wahrscheinlich über verschiedene Zwischenwörter in Form von Schlangen und Fledermäusen mutiert ist. Der momentane Name ist auch noch nicht so wirklich schlagzellentauglich und lautet 2019-NCOV. Das könnte sich vielleicht noch ändern, aber der Begriff Coronavirus kommt von der Form. Denn wenn man sich das Virus im Mikroskop anschaut, dann erkennt man recht große Exemplare, gespickt mit vielen Molekülen, die die Form einer Krone aufweisen. Krone, Corona. Und Rückschlüsse auf die Gefährlichkeit, die lassen sich ziehen, wenn man jetzt die Anzahl der gesicherten Infektionen zusammen mit der Zahl der schwer Erkrankten und der Todesfälle betrachtet. Und dabei kommt man zum jetzigen Zeitpunkt, also Ende Januar 2020, auf eine Sterblichkeit von 2 bis 4 Prozent. Und wie gesagt, schlimm für diejenigen, die es trifft, aber weitaus weniger gefährlich als eine Ansteckung mit dem SARS-Virus von 2003, bei dem etwa ein Drittel der Infizierten gestorben sind. Und das jetzige Virus lässt sich eher mit der Form von einer schweren Grippe vergleichen. Und ja, daran erkranken nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, WHO, ja auch jedes Jahr weltweit hunderte Millionen. Und sogar bis zu 650.000 sollen daran jährlich sterben. Doch über diese Zahl hört man so gut wie nie etwas. Und das sollte man jetzt bei der ganzen Berichterstattung auch bedenken. Bad News are good news, heißt doch so schön in der Welt, der ständigen Berichterstattung, ständig live und immer mittendrin. Doch was ist jetzt, wenn die Entwicklung der Infektion falsch eingestuft wurde? Also wenn es zu einer Übertragung kommen kann, ohne dass vorher Symptome auftreten? Und wenn man bedenkt, eine Inkubationszeit von bis zu zehn Tagen oder vielleicht sogar länger, dann würde das natürlich eine ganz andere Situation darstellen. Denn seit Bekanntwerden der ersten Infektionen sind mittlerweile Millionen Menschen aus den betroffenen Gebieten in China in alle Welt geflogen. Was das bedeutet, kann sich jeder natürlich nur so gut vorstellen. Und die Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen wird zeigen, mit welchem Szenario wir hier rechnen müssen. Ja und vor allem die Bilder und Videos, die wir aus den betroffenen Städten zu sehen bekommen, die versprechen zunächst mal nichts Gutes. Doch auch hier muss man erstmal einen Schritt zurückgehen, um das ganze Bild zu betrachten, wenn sowas überhaupt möglich ist. Was wissen wir? Oder was wir wissen ist, dass die chinesische Regierung mehrere Großstädte jetzt unter Quarantäne gestellt hat und diese Regelungen, die werden wohl auch ziemlich rigoros umgesetzt. Mittlerweile betrifft das mehr als 60 Millionen zum heutigen Tag in elf Städten in dieser Provinz Hubei. Und diese Zahl muss man sich erstmal vorstellen. Das ist fast drei Viertel von der Bevölkerung von Deutschland. Was das alleine logistisch bedeutet, das geht vollkommen über meine Vorstellung hinaus. Es gibt erschreckende Bilder von Menschen, die einfach auf der Straße umfallen und dann von Sanitätern in Seuchenschutzkleidung versorgt werden. Auch die Bilder von den vollkommen überfüllten Krankenhäusern, in denen die Menschen zu Hunderten in den Fluren stehen, die vermitteln einen Eindruck von der Brisanz vor Ort. Mittlerweile entstehen in Wuhan sogar über 100 medizinische Einrichtungen mit über 100.000 Betten zur Behandlung von Betroffenen und alleine die Geschwindigkeit, mit der diese Institute aus dem Boden gestampft werden, zeigt, dass der Ausbruch sich weit schneller verbreitet, als zuerst von den Behörden angenommen wurde. Und das sind die Bilder, die wir natürlich in diesen Tagen in Endlosschleife zu sehen bekommen. Aber was sagen sie wirklich aus? Wissen wir, ob diese Menschen in den Krankenhäusern auch wirklich alle von diesem Virus befallen sind? Wir wissen es nicht. Und genau hier beginnt der Bereich von Spekulationen, Mutmaßungen. Und natürlich sehen auch hier viele eine große Verspörung. Denn wenn Bill Gates schon vor Monaten dieses Szenario angekündigt hat und dann sogar noch den Virus hat entwickeln lassen, ja dann passt doch wieder ein Puzzlestück ins nächste. Stündlich gibt es da sozusagen neue Entwicklungen und Enthüllungen. Und ganz ehrlich, wie soll da noch überhaupt jemand durchblicken? Ich sehe hier mehrere mögliche Erklärungsmodelle, aber versuchen wir doch mal die Hauptunterschiede zu erkennen. Erstes Szenario, erste These. Die offizielle Version stimmt. Ein mutiertes Tiervirus, welches sich jetzt plötzlich auf den Menschen übertragen hat, gefährlich geworden ist, mit der gesamten medialen Panikmache im Hintergrund. Das Ganze wird dann noch ein paar Wochen am Köcheln gehalten. Und dann, wenn die nötigen Impfstoffe vielleicht verkauft sind, wie viele andere Themen, wird dann das Ganze im öffentlichen Gedächtnisloch entsorgt. Ein Muster, was wir schon oft mit angeblichen Pandemien erlebt haben. Hysterische Übertreibung also einer natürlichen Ursache und ein gutes Geschäft für Medien und einige Firmen. Zweites Szenario. Eine groß angelegte Verschwörung seitens der Pharmaindustrie und von den oligarchischen Helfershelfern im Hintergrund, die mit Angst und Panik die Menschen immer mehr in diesen globalistischen Superstaat drängen wollen. Also diese ganzen klandesdienenden Kräfte, also die Verschwörer im Hintergrund, die haben also jahrelang in einem geheimen Labor diese Viren gezüchtet und lassen sie jetzt gezielt auf die Menschheit los. Warum? Naja, weil man so Maßnahmen durchsetzen kann, die sonst nie akzeptiert würden, inklusive der ganzen eventuellen Notstandsmaßnahmen wie Zwangsimpfung, Abgabe von Souveränität an die UNO oder WHO etc. Die von diesen Kräften lange herbeigesehnte neue Weltordnung eben mit all den dystopischen Folgeerscheinungen und gleichzeitig noch das gleiche Geschäftsmodell wie bei These 1, also viel Geld mit Schutzimpfungen verdienen. Und dabei werden dann eben tausende Opfer in Kauf genommen, der Zweck heiligt schließlich die Mittel. So, dann drittes Szenario. Der angebliche Virusausbruch ist unter der Rubrik Fake News einzuordnen und die Menschen dort sterben nicht an einem neuen Supervirus, sondern durch andere Faktoren, wie zum Beispiel extreme Umweltbelastung oder auch durch neuartige elektromagnetische Felder, wie sie zum Beispiel der 5G-Standard enthält. Und diese Kombination verschiedener Faktoren könnte bei Menschen mit Vorbelastungen auch zum Tode führen. Die große Panik also zur Ablenkung der wahren Ursache der Erkrankungen. Ja und mit viel Fantasie könnte man jetzt bestimmt noch andere Szenarien konstruieren, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber schauen wir uns doch lieber an, was an diesen Thesen stimmen könnte und was nicht. Also gucken wir mal, Szenario 1, die maßlose Übertreibung von Medien und Politik, das sieht heute noch am plausibelsten aus. Also blinder Aktionismus an Flughäfen mit sinnlosen Fiebermessen. Was soll das auch bringen, wenn die Inkubationszeit über eine Woche dauern kann? Ein Passagier kann den Virus in sich tragen, ohne es zu wissen und ohne Symptome. Also das Bild soll heißen, der Staat kümmert sich, alles wird gut, noch mal Glück gehabt, in ein paar Wochen redet niemand mehr drüber und wir gehen alle zurück zum Tagesgeschäft, bis zum nächsten großen Aufreger. Szenario 2 ist das schon etwas differenzierter zu betrachten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Bill Gates ja wirklich viel Geld in die Forschung und Entwicklung von Coronaviren gesteckt hat. Am 19. Juni 2015 hat das von der britischen Regierung finanzierte Peerbright-Institut ein Patent für ein Coronavirus angemeldet. Und wie es der Zufall so will, ist einer der Hauptfinanzierer dieses Instituts, die Bill und Melinda Gates Stiftung. Und besagte Stiftung hat dann am 18. Oktober 2019, also nur wenige Wochen vor dem Ausbruch des Virus, zu einer Veranstaltung in New York geladen, zusammen mit der John Hopkins Bloomberg School of Public Health und dem World Economic Forum. Und bei diesem Treffen wurde dann eine Pandemieübung mit dem Titel Event 201, also Ereignis 201, durchgespielt, wo politische Entscheidungsträger, Beamte, Führungskräfte und Gesundheitsexperten zusammen an einem simulierten Coronavirus-Ausbruch gearbeitet haben. Und bei dieser Simulation, da brach dann in Südamerika das Virus aus, hat sich wie ein Lauffeuer mit weltweiten katastrophalen Folgen verbreitet und einer prognostizierten Todesrate von 65 Millionen Menschen in den ersten 18 Monaten. Die haben sogar Filmmaterial erstellt und der fiktive Sender GNN zeigte, wie durch dieses immunresistente Virus der Welthandel dann eben zum Erliegen kommt. Die Reisen wurden verboten, was dann letztlich zu einem Kollaps der Weltwirtschaft geführt hat. Ja, und fällt Ihnen was auf? Erstaunlicherweise erleben wir genau diese Entwicklung, denn in China werden die Restriktionen immer größer und nach den Meldungen der ersten Infektionen sogar in Deutschland wird es wohl recht interessant werden, wie die Entscheidungsträger bei uns reagieren werden. Wer das für abwegig hält, der sollte sich einfach mal den Maßnahmenkatalog anschauen, der nach der Pandemieübung in New York vorgeschlagen wurde. Da liest man dann so herrliche Sachen wie Regierungen, internationale Organisationen und Unternehmen sollten jetzt planen, wie wichtige Unternehmensfunktionen bei einer großen Pandemie genutzt werden. Oder die Regierungen sollten mehr Ressourcen und Unterstützung für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika bereitstellen, die während einer schweren Pandemie benötigt werden. Und mein Lieblingsargument, Regierungen und der Privatsektor sollten der Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von Fehlinformationen vor der nächsten Pandemiebekämpfung größere Priorität einräumen. Und diesen Satz nochmal, Methoden zur Bekämpfung von Fehlinformationen größere Priorität einräumen. Wow. Da muss man doch erst mal nachdenken, was das alles so bedeuten könnte. Also ehrlich gesagt, die massive Unterstützung bei der Entwicklung von diesem Virus von Bill Gates und die zeitliche Nähe von dieser Katastrophensimulation, das ist jetzt noch kein Beweis, aber es ist doch mehr als merkwürdig, oder? Vor allem wenn man bedenkt, dass in letzter Zeit alle Versuche für eine weitere Eskalation der Kriege immer gescheitert sind. Siehe Syrien, siehe die jüngsten Ereignisse im Irak und die Ermordung des iranischen Generals. Es gab immer eine Zuspitzung von Gewalt und Kriegshandlungen und doch ist bisher der große Flächenbrand ausgeblieben. So ist es ja auch nicht verwunderlich, wenn solche Spekulationen jetzt auftauchen. Also eine weltweite Pandemie mit vielleicht sogar Millionen Toten, um damit die seit langem geplante Transformation der Nationen den entscheidenden Schritt voranzubringen. Alles zum Wohle der Menschheit, die neue Weltordnung und eine Super-Uno als Ultima Ratio. Bei so einem Szenario mit dem dazugehörigen Zusammenbruch der Weltwirtschaft gibt es auch keinen Schuldigen wie Trump, der den Crash dann ausgelöst hat. Dann kommen wir noch zur dritten These. Das wäre dann die Rubrik Fake News. Es gibt etliche Autoren, Forscher und auch Wissenschaftler auf der Welt, die, sagen wir mal so, die eine ganz andere Sicht auf die Welt von Viren und Bakterien haben. Wer sich mit dem Thema mal beschäftigt, wird schnell merken, dass die üblichen Abwehrmechanismen der etablierten Schulmedizin und der Pharmaindustrie, das sind alles nur Scheingefechte, um sich dieser Debatte eigentlich nicht stellen zu müssen. Um es abzukürzen, die Klimadebatte ist nicht der einzige Bereich, bei dem es Zweifel an der offiziellen Lehrmeinung gibt. Genauso sieht es eben auch aus, wenn es um die Zusammenhänge von Viren und Krankheiten geht. Soll heißen, vielleicht gibt es eben doch eine ganz andere Ursache für diese Erkrankungen. In den letzten Tagen gab es dazu noch einige Artikel, die sogar diesen neuen Mobilfunkstandard 5G als Ursache bekannt haben. Die Argumentationskette ist dann so, dass die Regierung in China versucht, die gesundheitlichen Auswirkungen dieser neuen Technologie auf das Virus abzuwälzen. Aber ehrlich, diese These hält einer genaueren Überlegung wenig Stand, denn in Wuhan ist der momentane Ausbau von 5G ungefähr bei 10%. Da sind andere Städte wie Beijing, Shanghai oder Hangzhou schon viel weiter und dann hätte es dort ja auch schon gesundheitliche Auswirkungen geben müssen. Und bitte nicht falsch verstehen, 5G hat bestimmt Auswirkungen auf den menschlichen Organismus, aber es geht hier um mögliche Einflüsse auf das Geschehen in Wuhan. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, können wir es ausschließen. Aber ja, wo stehen wir jetzt? Was wird jetzt wohl passieren? Oder vielleicht, was ist schon passiert? Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass wir mit Sicherheit nichts Genaues sagen können. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Variablen. Es ist wie mit dem Ferngas in den grauen Nebel zu sterben. Da sich die Nachrichtenlage auch stündlich weiterentwickelt, ist dieses Video bei der Veröffentlichung vielleicht auch schon wieder veraltet und überholt. Was sich aber jetzt schon erkennen lässt, sind die wirtschaftlichen Folgen für Chinas Volkswirtschaft. Und die sind längerfristig vielleicht verheerender als der ganze Virusausbruch. Die Auswirkungen auf den globalen Handel, die werden beträchtlich zunehmen, denn in der heutigen Zeit sind globale Zulieferketten essentiell für den Produktionsablauf. Und wenn der Handel mit Waren aus China dann weiter beschränkt wird, dann kann als Folge dieser Pandemie, die ohnehin schon extrem aufgeblasene Blasen an den Finanzmärkten platzen. Ist also diese Epidemie einer dieser schwarzen Schwäne, die für uns alle zum großen Wendepunkt werden? Ikea hat heute früh alle Filialen in China gesperrt, also. Doch egal, was jetzt auch passiert, egal ob der Doomsday, also die große Panik und der darauf folgende Wirtschaftszusammenbruch oder das große Nichts, also der nächste Big Nothing Burger. Letztendlich kommt es darauf an, wie jeder Einzelne von uns mit so einer Situation umgeht. Was ich aber dringend empfehle, ist ein paar Mal am Tag auf die Karte zu gucken, die unten verlinkt ist. Sie zeigt die Entwicklung der bestätigten Infektionen. Da könnt ihr dann schneller erkennen, welches Szenario sich entwickelt und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Also in diesem Sinn alles Gute für jeden von euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich würde mich riesig freuen.